da das wird uns beide zusammengezählt werden ich glaube nicht dass schon 50 Ich muss die Zombies getötet haben Glaub ich auch Aber auch nicht, dass ich schon 30 grüne Schleims gekillt habe Bist du wieder unten? Ich sehe deinen Kopf gerade da Langfahren Die Musik ist geil Guck mal Guck mal Jetzt kommen wir immer ganz nice zur anderen Seite Welcher anderen Seite? Kill doch mal die Fledermaus man Ich bin hier gerade am Bau unten Alter Mann Ich bin hier Dieser Unto Medusa kommt von hinten Junge, ich habe neue Leben Okay, ich versuche mitzuhelfen Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Weißt du was wir machen müssen? Wir müssen zu unserem Spawnpunkt noch eine Schiene hinlegen Was soll ich machen? Okay Ach hast du noch welche? Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Feuerpfeile Feuerpfeile habe ich noch Fünf von... Okay, okay Ich nehme alles zurück Alter, mein ganzes Inventar ist voll, ne? Lass diese Tür nicht zu machen, okay? Nice Terraria ist gecrashed Ja, genau Terraria ist gecrashed Nur wegen der Tür, Alter oder was? Ah Komm schließen Herzlich willkommen zurück nach Deinstallieren des Spiels Nach Neustarten des PCs Nach allem was man machen kann Hat es jetzt erst funktioniert Ich hoffe es funktioniert jetzt wieder Ich probiere es doch mal Zack und Bitte Und Jo Es funktioniert Gut Dann sind wir wieder da Und es kann weitergehen Qualle, 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 ja! Qualle, ja! 7 Neustäber Ich bekomme durch die Qualle Was? Typ 2 Lul, die hat man in der Vase Ich hab noch welche in der Vase Gibt nochmal zwei Ich hab 16 Stück Okay, ich brauche jetzt erstmal neue Schienen Ja, ich muss ja auch scrollen Ja, ich muss ja auch scrollen Ich hab noch 42 Stück von Ich hab noch 42 Stück von Von diesem Typen da Von diesem Typen da Ja, Sinon? Mein Herz ist ja das ausgegangen Ich hab 42 Stück von den Dinger, die man so werfen kann War die in der Kiste? Ne, die hat der mir gedroppt Hast du den gekillt grad? Hey, ich hab den ja schon richtig aufgekillt gehabt Vorher So Nice Leg den mal auch in die Kiste Dann haben wir fast 100 Stück Nice Ja, aber mein Inventar ist Komplett voll Nice Welche Kiste denn? Die einzige, die da stehen, ne? Ja, eine gibt es ja eine Zweite Wo denn? Amor Ja Da nehmen Ach die Ich hab ja nicht gesehen Ich hab auch eine Bombe und so alles Gibt auch eine Bombe und so alles Was? WTF? Scheiße, ich... Ich hör den Wurm, aber ich bin aus... Ab ihn gekillt Kommst du mal zu mir? Hier ist eine Höhle Wollen wir die erkunden? Ich muss erst mal Schienen machen Aber ich kann irgendwie keine Schienen... Ach, ich bin ja nicht an dem... Komm, jetzt muss ich ja... Das ist was wir aber Maschinen machen können hier... Oh nein, war das ein Trickshot Oh Scheiße! Das ist ja jetzt schon wieder... Ein Vogel Fliegender Fisch oder was? Ich kann aber keine... Was braucht man dafür? Braucht man dafür Holz? Keine Ahnung Weiß ich nicht Ich konnte irgendwie nicht machen Ich glaub dafür braucht man Holz Ich hab Holz gesammelt gehabt Aber ich hab null Holz Damit komm zu werden Ich hab's dich Ich hab es dir Ich hab's dir Nein Ich hab mir schon Ich hab die Ich hab nichts Ich hab's Ich hab die Ich hab das Ja, ja, ja. Was brauchen die denn, die Schienen nochmal? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Aber hast du schon in die Kiste geguckt? Ne, ne. Dinan? Doch. Warum? Hast du schon alles rausgenommen? Ja. Alles, Fan. Ich dachte, wir wollten da zusammen reingucken, was da so drin ist, aber naja. Hast du nichts mehr gesagt. Ich dachte, du wärst alles hier schon gelootet. Warum? Ja, sieht man. Ja. Wenn da in der Kiste steht, mach ich die auf. Was war da drin? Ein Bogen. Das ist was einziges, was da drin ist. Nein, also ein verzauberter Bogenrahmen. Und noch so Tränke halt. Für mich ist gerade OP. Was? Für mich ist gerade ein OP-Wohm. Nice, ich hab ne Pfeilfalle. Ach, das ist ne Tür. Ich nehm mal die Goldruhe. Dann bau alle Erze, die du hier siehst, oben und unten. Da sind richtig viele. Guck mal, unter dir. Da ist schon das erste Erz. Siehst du das? Das ist ein Matsch. Nein. Da vorne, hier. Hier drunten. Siehst du das? Nicht? Was? Welches? Achso, da. Da. Da, also alle Erze, die du hier siehst, mitnehmen. Ich hab nämlich nen Gong gebaut, sonst tut man nen Gong. Nice. Das ist ein Matsch. Das ist ein Matsch. Das ist ein Matsch. Das ist ein Matsch. Das ist ein Matsch.